Willkommen bei Destiny 2, hier ist euer Herr Gamerlohu. Heute suchen wir Xur. Xur ist heute auf Nessos Westergrab. Ja, ist es heute auf Nessos Westergrab. In dem Tage wird sie ein undgener åmeréndします. Denn dann wird sie zur Fluss und Schuss-Ludern gesuert. Und dann wird sie dann um recurrence unter Nessos Westergrab. Soll es gehen, dann wird sie auf Nessos Westergrab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist eigentlich ein Jahr und diese Woche Ich unterschätze Raketenwerfer, viel besser hinreißend, mörderisch. Doppelschleif, verschießt zwei Raketen, eine Leere, eine Solar, die das Gleichziel verfolgen können. Und Monument, Schmuse-Explosion. Und für diese Woche Rüstungsset Gen-7-Wetter. Ein Gen-7-Rüstung, hoffentlich nutzt sie dir mehr als mir, Asher, Eishamir. Armschutz, Hochschutz, ist dir jemals in den Sinn gekommen, dass der Reisender genauso chaotisch und willkürlich sein könnte wie alle anderen? Eishamir? Ja. Gen-7 wird helfen, vergesst nicht, dass das Oversman ein einziges Chaos ist. Dieser ganze Fall-Fans wird dich nicht von dem Continuum schützen, Aisha-Mir. Genshin-Genshin wird er kaputt. Ich habe keine Zeit für Rü-Rü-Rüßigkeiten. Ich brauche einen Assistenten, der nicht sofort den Löffel abgibt. Aisha-Mir. Genshin-Genshin-Stiefel. Glückwunsch, dass du deine Wahlbestimmung gefunden hast. Du warst gar nicht mal so übel. Aisha-Mir. Das ist der Jenseits des Lichtes Erweiterung. Erziehung eines Toten. Oh. Na, o Erferde. Sie enden in einer Katabasis. Falkenmo. Verfolge deinen Beut und stoß deinen Klauen in die Dunkelheit. So. Oh. Okay. Sag ich schon mal. Danke für die Zuschauer. Vergesst mich nicht zu abonnieren. Oder ein Like zu drücken. Und einen Kommentar zu verlassen. Euer Herr Gamer-Warri. Tschüss.